Herzlich willkommen hier auf unserem Stand bei Multimobil Kommunalfahrzeuge anlässlich der Demopark 2013 in Eisenach. Wir haben hier unsere neuen Produkte der Firma Multimobil, unseren M3.50 Kommunalfahrzeug, neu im Angebot dieses Jahr. Wir haben dieses Jahr ein Fahrzeug entwickelt für den schlanken Geldbeutel in der Kommune. Die Finanzmittel werden immer kleiner und haben uns die Aufgabe gemacht, ein vollwertiges Kommunalfahrzeug anzubieten in der Klasse bis 3,5 Tonnen. Neben dem bereits seit 2010 eingeführten Modell Moos 35 von unserer Marke Multimobil haben wir jetzt unsere neue weitere Entwicklung M3.50 als weitere Entwicklung auf unserem basierenden Modell hier neu auf den Stand. Die Vorzüge dieses Fahrzeugs ist eine erhebliche Steigerung des Komforts in der Fahrerkabine, ein ansprechendes Design des Fahrzeugs, eine erhöhte Anhängelast auf 3,5 Tonnen und natürlich ein deutlich verbessertes Bremssystem, das jetzt auch lastabhängig arbeitet in dem Fahrzeug. Neben dem Allradantrieb und der Setzungsgetriebe ist in dem Fahrzeug zusätzlich weitere Optionen möglich, von Fensterhebern beheizte Scheiben, damit das Ganze auch im Winterdienst sehr gut einzusetzen ist. Wir bieten selbstverständlich für unsere Fahrzeuge Zubehörgeräte an. Hier zu sehen ein Schneepflug von unserer Produktreihe in 1,80 Meter Breite. Hinten auf dem Fahrzeug aufgebaut ein 1000 Liter Schleuderstreuer. Diese Varianten gibt es noch in kleineren Ausführungen mit 500 Liter und zusätzlich auch ein Bordwandstreuer, der ganz neu ins Programm gekommen kommt von der Firma Wiedemann, also auch wieder ein Markenhersteller, um höchste Qualität bieten zu können und Kundenzufriedenheit zu gewähren. Ein wichtiger Vorteil, was wir in der Weiterentwicklung dieses Fahrzeugs einbringen konnten, ist die Erweiterung der zusätzlichen Hydraulikpakete im Leistungshydraulikbereich und Arbeitshydraulikbereich. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Kehrbesen hydraulisch anzutreiben, auch hydraulische Streuer, die beim Kunden schon vorhanden sind, weiterzuverwenden, indem wir über zwei bzw. drei weitere Hydraulikkreisläufe verfügen und somit ein weiteres Spektrum des Fahrzeugs abwickeln können. Abschließend zu sagen, Multimobil, die neue Marke am Kommunalmarkt, besuchen Sie uns auch im Internet unter mymultimobil.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.